Hi ihr Lieben und Willkommen zur gruselig guten Halloween YouTube Show 2020. Auch in diesem Jahr haben sich viele deutsche YouTuber zusammengetan, um euch mit genialem Halloween Content zu versorgen. Ich möchte euch heute 5 Horrorspiele vorstellen, die in der 6. Konsolengeneration Resident Evil, Silent Hill und Co. den Kampf angesagt haben, aber leider klicklich gescheitert sind und seitdem vergessen wurden. Sehr zum Leidwesen der Spiele, denn diese sind auch heute noch verdammt gut und absolut spielenswert. Lasst uns also keine Zeit verlieren, holen wir diese Horror Games aus der Gruft und wir fangen an mit einem echten Hidden Gem. Viel Spaß! 2004 erschien mit Curse, The Eye of Isis, ein Survival Horror Abenteuer zum Budgetpreis von 19,99 Euro für Playstation 2, Xbox und PC. Und falls das Spiel seinerzeit komplett an euch vorbeigegangen ist, so seid euch gewiss, dass ihr nicht allein seid. Ich bin erst dieses Jahr über Curse gestolpert, hab's mir günstig für Xbox gekauft und seitdem sehr viel Spaß mit dem Titel gehabt. Wie ihr sicherlich anhand der Gameplay-Szenen gemerkt habt, geht's das vom britischen Studio Asylum Entertainment entwickelte Curse in die Richtung eines klassischen Resident Evil Ablegers. Feste Kameraperspektiven, zwei spielbare Charaktere und schaurig schöne Umgebungen erinnern rapide an Capcoms Horrorklassiker. Und vom Spielgeschehen ist Curse durchaus ähnlich, was definitiv nichts Schlechtes bedeuten muss. In der Haut von Darien und Victoria durchstreift ihr ein Museum des viktorianischen London und findet euch am Ende sogar in einer Pyramide wieder. Denn wie der Name des Spiels bereits vermuten lässt, griffen die Entwickler ein ägyptisches Setting auf. 1890 wird bei einem Diebstahl ein bösartiger Fluch freigesetzt, der Räuber, Angestellte und auch Gesetzeshüter in todbringende Kreaturen verwandelt. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, hängt Darians Familiengeschichte irgendwie mit dem Ursprung des Fluchs zusammen. Ihr durchkämmt also bewaffnet verschiedene Locations, löst Rätsel und setzt euch gegen diverse Gegner zur Wehr. Für einen 20 Euro Budgettitel bietet Curse The Eye of Isis ein überraschend rundes Paket, das dank der Renderware Engine der Burnout-Macher Criterion auch überraschend gut aussieht. Leider wurde Curse damals von Fans und Presse mit unterdurchschnittlichen Wertungen abgestraft. Wenn ihr heute nachseht, werdet ihr auf Metacritic eine 59er Durchschnittswertung finden, die das Spiel meiner Meinung nach keineswegs verdient. Ich hatte beim Spielen eine Menge Spaß, wurde positiv an Resident Evil erinnert und verspürte dazu des öfteren Eternal Darkness Vibes mit einer Prise die Mumie. Und damit meine ich die alten Abenteuerfilme mit Brandon Fraser und nicht den Schund mit Tom Cruise. Ja, die Gefechte spielen sich ein wenig holprig und die Rätsel sind zu seicht, aber das Spiel ist deutlich besser als die Testwertungen von 2004 vermuten lassen. Damals hatte man sicherlich mit Resident Evil und Silent Hill bessere Alternativen, aber heute, in einer Zeit, in der klassischer Survival-Horror genauso tot ist wie die Spiele, die das Genre gebaren, ist Curse The Eye of Isis eine gelungene Reise in eine vergangene Zeit. Und damit meine ich nicht unbedingt das London des Jahres 1890. Ein weiterer an Resident Evil angelehnter Titel, der nur ein Jahr nach Curse erschien und deutlich besser bewertet wurde, ist Cold 4 von Ubisoft. Von Darkworks entwickelt, die übrigens mit Alone in the Dark, The New Nightmare für Playstation 1 und Dreamcast nur ein einziges weiteres Spiel entwickelten, sollte Cold 4 dafür sorgen, dass Ubisoft ein Stück der Horror-Torte abbegab, die sich damals meist nur Capcom und Konami untereinander aufteilten. Ihr spielt Tom Hensen, ein Mitglied der US-Küstenwache, der mit seinen Kollegen einen vermeintlich verlassenen russischen Frachter auf hoher See untersuchen soll. An Bord angekommen, merkt Hensen jedoch schnell, dass hier deutlich mehr abgeht, denn das Schiff ist definitiv nicht verlassen und seine Besatzung entweder feindlich gesinnt und schwer bewaffnet oder zu Zombies mutiert und auf Blut aus. Cold 4 ist dabei einer dieser Titel, bei denen ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso der Erfolg ausblieb. Alleine der pompöse Anfang auf dem vom Sturm schaukelnden Schiff zeigt sehr deutlich, dass Ubisoft es mit dem Spiel mehr als ernst nahm. Die Grafik ist einsamer Spitze und steht meiner Meinung nach den Genre-Kollegen aus den Häusern Capcom und Konami in nichts nach. Neben der grandiosen Atmosphäre überzeugt aber auch das Gameplay, das hier zugegebenermaßen extrem an Resident Evil erinnert. Selbst Tom Hensen könnte als Leon S. Kennedy-Cosplayer durchgehen mit seinen blonden Haaren. Hättet ihr mir Cold 4 damals als ein Resident Evil-Spinoff vorgesetzt, ich hätte es geglaubt, wenn ich es nicht besser wüsste. Leider blieb es aber nur bei diesem einen Auftrag für Tom Hensen, denn der Titel erreichte nie die Wertungsklasse besagter Konkurrenten und auch die Masse schien eher Interesse an Resi und Silent Hill gehabt zu haben, denn Cold 4 verschwand sehr schnell auf dem Meeresgrund ohne Chance auf ein Rettungsboot. Ein Grund dafür könnte die Indizierung gewesen sein, die das Spiel hierzulande traf, denn die Splatter-Effekte waren schon nicht ohne. Zumal man neben Zombies auch normale Menschen unter Beschuss nahm. Ubisoft wehrte sich zwar gegen die Indizierung, viel geholfen hatte es aber nicht. Solltet ihr die Möglichkeit haben, das Spiel nachzuholen, dann entstaubt eure Playstation 2 oder Xbox vor allem, weil das Spiel heutzutage auch echt günstig zu haben ist. Bevor wir jetzt mit dem dritten Spiel weitermachen, möchte ich ganz kurz über die Halloween YouTube Show 2020 sprechen, denn viele YouTube Kollegen haben sehr viel Zeit in ihre Videos gesteckt, also tut mir einen Gefallen und verpasst die Videos nicht. Links zu der Playlist zu all den anderen Videos dieser Halloween YouTube Show findet ihr in der Endcard dieses Videos und in der Videobeschreibung. Und wenn ihr wollt, guckt euch die Videos an und lasst in den Kommentaren allen einen Spielweltengruß da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und solltet ihr euch auf meinem Kanal wegen diesem Video hier und wegen der Playlist zur Halloween YouTube Show 2020 verirrt haben, so würde es mich freuen, wenn ihr dem Video, wenn es euch natürlich gefällt, ein Like da lasst und eventuell sogar über ein Abo nachdenkt, denn damit unterstützt ihr eben mich und meinen Kanal. Naja, so, genug Promo, weiter geht's mit dem dritten Spiel. Solltet ihr kein Fan von festen Kameraperspektiven und Resi-Steuerung sein, so kann ich euch an dieser Stelle The Suffering von Midway empfehlen. Ich habe das Horrorspiel erst vor wenigen Jahren auf meiner Xbox nachgeholt, weil ich es anno 2004 verpasst habe. Wäre es wie ursprünglich geplant, auch für Gamecube erschienen, hätte ich es als Nintendo jünger sicherlich früher gespielt und auch lieben gelernt, aber der Gamecube Release wurde von Midway leider gecancelt. In diesem abnormal guten Survival-Horrorspiel seid ihr in der Haut von Torque unterwegs und werdet im Intro des Spiels in die Zelle eines Gefängnisses gesteckt. Nach dem viktorianischen London in Curse und dem Frachter in Cold 4 geht es in The Suffering also durch ein Gefängnis, das ihr nicht so leicht vergessen werdet. Schuld dran sind diese abscheulichen Kreaturen, die kurz nach Spielstart auftauchen und euch das Leben regelrecht zur Hölle machen. Denn mal ehrlich, das Gegner-Design in The Suffering ist so abartig furchterregend, dass mir bei jeder Begegnung mit diesen Viechern die Haare zu Wehr gestanden. Chapeau an die Entwickler, endlich mal keine Zombies, sondern verstümmelte Dinger mit Klingen statt Armen und Beinen, die sich auf allen Vieren bewegen und das sind nur die herkömmlichen Gegner. The Suffering schafft etwas, das nicht vielen Horrorspielen gelingt. Es bringt frischen Wind ins Genre, denn neben dem genialen Gegner-Design gibt es mit dem riesigen Gefängnis auch ein frisches Setting und mit Torque einen absoluten Anti-Helden. Beschuldigt seine Frau und die beiden Kinder kaltblütig ermordet zu haben, werdet ihr als Spieler nicht nur mit den Gefahren eurer Umgebung konfrontiert, sondern auch mit einem Charakter, bei dem die Identifizierung mit der Spielfigur mehr als schwer fällt. Zumindest anfangs, denn schon bald ertappt ihr euch dabei, nicht nur nach der Ursache der Monster zu suchen, sondern auch in Torques Vergangenheit herumzustochern. Übrigens könnt und müsst ihr im Spielverlauf Entscheidungen treffen, die das Ende beeinflussen. Drei dieser Enden gibt es und je nachdem, wen ihr verschont oder tötet, bekommt ihr eins davon zu sehen. Anders als bei Curse oder Cold 4 konnte Midway mit The Suffering einen Erfolg verzeichnen, was einen Nachfolger im Jahr 2005 mit sich brachte, der zu meiner Schande noch eingeschweißt in meiner Sammlung steht. Danach war aber leider Schluss und The Suffering wurde als Franchise nie wieder gesehen, was eine Schande ist. Ich würde mir so gerne ein Reboot der Reihe auf aktueller Hardware wünschen, wobei, ob ich bei dem Gegner-Design noch den Mut hätte, das in heutiger Grafik weiterzuspielen, ich weiß ja nicht. Wer Survival-Horror-Fan ist, sollte die beiden Suffering-Teile auf jeden Fall auf seine To-Do-Liste setzen. Heute kennt man den französischen Publisher Microeats wohl von Spielen wie Asterix und Obelix XXL 3 oder Gear Club Unlimited. 2004 veröffentlichten die Franzosen mit Obscure einen spielbaren Teenie-Horror-Film im Stile von Scream, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder Texas Chainsaw Massacre. Und wieso auch nicht? Filme, in denen eine Gruppe Freunde von einem Mörder verfolgt wird und einer nach dem anderen verschwindet, lagen damals im Trend, was Obscure echt interessant macht. Das Spiel kostete zum Release 19,99 Euro und bot, damals als absolutus Novum, einen Zweispieler-Koop-Modus in einem Survival-Horror-Spiel. Nachdem der Highschool-Schwarm Kenny auf mysteriöse Art verschwindet, machen sich seine Freunde auf, ihn zu finden und kommen dabei dem Geheimnis ihrer Schule auf die Schläche. So könnte man die Handlung von Obscure zusammenfassen. Klingt wie ein Teenie-Horror-Film, spielt sich wie ein Teenie-Horror-Film. In der Haut von vier Stereotypen untersucht ihr die extrem heruntergekommene Highschool, löst Rätsel und setzt euch mit Taschenlampe, Baseball-Schläger und diversen Schusswaffen gegen Schattenkreaturen zu wehren. Neben dem wirklich coolen Koop-Modus ist das Mix-Feature erwähnenswert, denn in Obscure müsst ihr als Spieler verschiedene Gegenstände miteinander kombinieren, was nicht nur in Rätseln zur Geltung kommt. So könnt ihr zum Beispiel eine Taschenlampe direkt an eure Pistole kleben, um somit die Umgebung zu beleuchten und bei drohender Gefahr schussbereit zu sein. Für einen 20-Euro-Titel macht Obscure auch heute noch was her. Wenn ihr könnt, spielt das Spiel mit einem Kumpel zusammen. Solo habt ihr die Möglichkeit, jederzeit zwischen zwei Charakteren zu wechseln, aber A ist die KI der Mitstreiter nicht immer helle und B macht das Spiel mit einem Buddy einfach deutlich mehr Spaß. Das fanden wohl auch genug Horror-Fans, denn Mikroids brachte einen zweiten Teil heraus, der neben PlayStation 2 auch für Wii und PSP erschien. Leider habe ich diesen noch nicht gespielt, daher kann ich euch nichts dazu sagen, aber wie mir scheint hat Obscure 2 auch niemand anderes gespielt, denn die Reihe verschwand nach dem zweiten Teil schnell in der Versenkung und bis heute denken die Franzosen nicht über ein Reboot oder eine Fortsetzung der Reihe nach. Schade eigentlich, denn Spiele wie Until Dawn oder Man of Medan zeigen, dass solche Games auch heute noch durchaus Spaß machen können. Bislang habe ich über Spiele geredet, die allesamt Capcom, den Großmeistern des Survival-Horrors, in irgendeiner Art und Weise das Wasser reichen wollten. Nun möchte ich euch aber als letztes Spiel einen Titel zeigen, der von Capcom selbst entwickelt wurde und 2005 exklusiv für PS2 veröffentlicht wurde. Haunting Ground ist ein Survival-Horrorspiel mit festen Kameraperspektiven, Jumpscares, geheimnisvollen Charakteren und trotz alledem ganz anders als Resident Evil. Denn hier spielt ihr mit Fiona eine hilflose junge Frau, die sich nach einem Autounfall in einem Schloss wiederfindet. Stellt euch vor, ihr kommt zu euch und werdet von sowas hier begrüßt. Klar, dass Fiona kurzerhand die Beine in die Hand nimmt und nur noch ein Ziel vor Augen hat, nämlich aus diesem Schloss zu kommen. Viel mehr als eure Beine in die Hand zu nehmen, könnt ihr bei Haunting Ground übrigens auch nicht. Als ich Fiona vorhin eine hilflose junge Frau nannte, meinte ich das genau so. Denn in diesem Horrorspiel von Capcom ist Flucht eure einzige Möglichkeit, heil aus Konfliktsituationen zu kommen. Zudem müsst ihr Fionas Psyche beachten. Je ängstlicher Fiona wird, umso mehr Fehler macht sie. So kann es passieren, dass ihr auf der Flucht stolpert, was euch schnell zum Verhängnis werden kann. Ein Glück, dass Fiona mit Huey bald einen treuen vierbeinigen Gefährten findet. Der Hund reagiert auf eure Befehle und kann zum Rätsellösen oder Angreifen motiviert werden. Apropos Rätsel. Von allen vorgestellten Spielen in diesem Video ist Haunting Ground das mit Abstand Rätsellastigste. Capcom-typisch müsst ihr hier allerlei Arten von Rätsel lösen, die mal mehr, mal weniger kryptisch sind. Ich musste in einigen seltenen Fällen einen Blick ins Internet wagen, da ich von selbst nicht auf das Rätsels Lösung gekommen bin. Letztendlich bleibt Haunting Ground eine kleine Kuriosität unter den Horrorspielen. Der Ansatz, den Capcom hier gefahren ist, war nicht für jedermann. Was man auch an den Absatzzahlen merkte, denn der Exklusivtitel verkaufte sich schleppend, um es mal positiv zu formulieren. Die Gemüter derer, die das Spiel gespielt haben, sind ebenfalls gespalten. Viele lieben den Ansatz, bei Gefahr die Flucht zu ergreifen. Andere wiederum sind davon genervt und favorisieren eher das klassische Resi-Gameplay. Letztendlich muss jeder selbst für sich entscheiden, ob Haunting Ground spielenswert ist. Ich für meinen Fall habe es für dieses Video zum ersten Mal ernsthaft gespielt und fand die spielerische Andersartigkeit durchaus erfrischend. Das waren sie, 5 Horrorspiele, die heute nur noch von denen zur Sprache gebracht werden, die sie damals tatsächlich auch gespielt haben. Von der Masse vergessen landeten diese und viele andere Horrorspiele dann leider letztendlich auf dem Friedhof der vergessenen Videospiele. Und vielleicht konnte ich mit diesem Video dem einen oder anderen Lust auf das ein oder andere Spiel in diesem Video machen. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, welche Spiele davon habt ihr gespielt? Wie fandet ihr die Spiele? Schreibt es mir in die Kommentare und wir quatschen da ein bisschen drüber. Und nicht vergessen, gleich folgt noch die Endcard und in dieser findet ihr dann die Playlist zu den anderen Videos der anderen YouTube-Kollegen, die alle mit mir an der Halloween-YouTube-Show 2020 gearbeitet haben. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude mit dem Video gemacht. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Euer Andi. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.